Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedorscht, ein bisschen böse, aber du warst echt tief, ne? Du musst dich nicht so extrem davon spalten lassen. Das passiert nur, wenn du selber auch sehr viel Hass und negative Energie in dir hast, dass du so wütend auf Menschen bist, die eine andere Meinung haben, Digga. Wenn ihr Herz wieder reingeht und verstehen, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir als Einheit viel besser funktionieren, weil die Wissenschaftler gibt's auch nicht. Es gibt so viele verschiedene Wissenschaftler mit so vielen verschiedenen Ansätzen, aber uns werden halt nur gewisse Wissenschaftler präsentiert und das sollen wir dann glauben, das sollen wir dann sagen, das ist die Wahrheit und die sollen wir anbeten. Jetzt hast du doch im Fall Keanuisch gesehen, was dann passiert so. Also man hat wirklich die Boshaftigkeit von Menschen gesehen in diesen Situationen, ne? Und das ist das, wo ich sage, Bro, macht doch mal eure Augen auf, schaltet doch mal euer Herz an, guckt doch mal hin, wer ist wirklich gut? Meinst du, du bist gerade am Anfang deines spirituellen Wegs oder denkst du, du bist schon mittendrin so in deiner Zielführungsphase? Wo befindest du dich gerade? Also wenn jemand da ist, quatschen möchte, kommt rein in den Discord, in einem von den Sprachkanälen. So, Balance. Was geht, was geht, was geht? What's going on here, man? War schön, deine Stimme so im Discord zu hören und nicht immer über Streamen, wo man sich unterhalten kann. So, Bruder, feiere ich, dass du am Start bist, Bro. Ja, ich dachte mir so, wenn keiner Bock hat, dann komm ich mal rein. Ja, safe, safe. Wollte ich erst mal sagen, ich verfolge dich schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe so deinen Hoch mitbekommen, aber auch deine Tiefen mitbekommen. Vorab erst immer auf YouTube und YouTube-Videos, wo du erst mal Fitness-Stuff gemacht hast und ich, anhand meines Profilbildes kann man das vielleicht sehen, auch so ein bisschen Fitness interessiert bin. Ich sehe gerade deinen Profil. Ah ja, doch, doch, jetzt siehst du. Maschine, jo. Ja, okay, also ich bin, mache schon ein bisschen länger und ich habe mir halt auch deine Videos so reingeschaut und fand das auch immer interessant, die Sicht von einem Veganer zu sehen, so. Mhm, mhm, mhm. Und dann aber halt auch deine Tiefs mitbekommen, vor allem während der Corona-Sache. Und das tat mir halt auch so unheimlich leid, weil das ist so diese Mob-Mentality. Mhm. Dieses, man tritt einfach nach, weil man merkt gerade, dieser doch so starke Typ, den man im echten Leben nie so derbe fertig machen würde, hat jetzt mal einen schwachen Moment und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um denen mal jetzt eine Rechte zu verpassen. Das kam halt dieses Gefühl hoch bei vielen. Mhm. Das, was mit dir passiert ist, so, ne. Und, ähm, dass es dich dann getroffen hat, war halt auch so ein Schock-Moment. Aber es war halt auch schon ein bisschen vorab zu sehen, weil, ähm, die Meinungen haben sich ja schon sehr stark, ging ja schon sehr stark auseinander. Vor allem Corona hat die Familien, also in meiner Familie kann ich vielleicht ein bisschen darüber reden, ist das halt auch passiert, ne. Hast dich extrem gespaltet, ne? Ja. Leider. Und es wird auch nicht mehr heilen. Das ist, ist vorbei, das Ding. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was kaputt gegangen, glaube ich auch, so in der gesamten Gesellschaft auch so, weißt du? Und da pro, und da pro, und, ähm, das ist auch entweder gar nicht mehr zu heilen oder wenn man's heilt, das ist wie so ne Vase, wenn sie einmal kaputt ist, kannst sie zwar wieder zusammenkleben, aber ist halt nicht mehr original, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaub schon, dass man halt, dass alles wieder in eine positive Richtung treiben könnte, aber da müssen halt wirklich auch alle an einem Strang ziehen und wirklich auch die Erkenntnis machen, dass der Weg die Liebe ist und der Weg der Zusammenhalt ist und nicht das Gegeneinander. Und das muss man halt innerlich wirklich auch verinnerlichen und verstehen. Dann glaub ich schon, dass man auch wieder so eine Art Heilung anstoßen kann, auch in der Gesellschaft, so, weißt du? Und deswegen lieb ich, lieb ich deine, lieb ich deine Positivität. Weil ich bin so ein Pessimist von Natur aus, weißt du? Ja, 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 man muss halt auch, so, aus meiner Perspektive, wenn man sich halt auch mit viel Shit konfrontiert, und ich wurde ja auch mit sehr viel Shit leider konfrontiert, auch in dieser Zeit, die du gerade auch angesprochen hast, so, muss man halt irgendwie, ähm, ich bin zum Glück gesegnet mit diesen positiven Vibes, war aber zwischenzeitlich auch sehr negativ geladen, weil halt auch sehr negativer Shit auf mich zugekommen ist und ich das halt leider auch teilweise in mich reingelassen hab, aber dann auch wieder verstanden hab, dass das nicht der Weg ist in eine bessere Welt, so. Und man muss halt wirklich, wenn man positiv bleiben möchte, optimistisch bleiben und das Glas halb voll sehen, anstatt halb leer, so, weißt du? Ja, also, das ist auch so ein starker Spruch, ne? Ich sieh's halt immer halb leer und du siehst es halt immer halb voll. Das macht halt den Unterschied auch. Bro, auch nicht immer, ne? Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich mein, ich bin auch kein Heiliger, ich bin kein, also, weißt du, wie ich meine? Ich hab natürlich meine Phasen auch gehabt, wo ich, äh, äh, das Glas eigentlich fast ganz leer gesehen hab, so, wenn ich ehrlich bin, aber... Aber du hast dich aufgerappelt, ne? Und ich hab das jetzt auch an Twitch, äh, also dein, dein spiritueller Weg, vor allem jetzt auch, fände ich sehr stark. Der Denshi, der Denshi hat dir grad ein Abo geschenkt, Digga. Ich küsse dein Herz, Denshi, Alter. Danke, danke, danke. Ähm, ich werd gleich nochmal mit Geld reinzahmen. Ich küsse dein Herz, Alter. Ich mach in Stufe 2 rein, äh, drauf. Ähm, was ich sagen wollte, ich hab deinen spirituellen Weg so ein bisschen mitbekommen und find das schon so faszinierend, weil man merkt halt, der Mensch neigt in seiner schwierigsten Phase immer das Höhere anzustreben. Weißt du, was ich meine? Safe. In der schwierigsten Phase eines Menschen hält er sich an etwas Höherem fest und in guten Phasen macht er das nicht. Das ist so, wie wenn du ein Auto ohne Airbag fährst und du weißt, irgendwann mal machst du einen Unfall. So. Und dann wünschst du dir doch, so ein Airbag gehabt zu haben. Ja. Oder ohne Kürtel oder so. Ich fühl dich da hundertprozentig. Diese Zeit hab ich nämlich auch schon hinter mir, wo ich dann halt einfach da die Spiritualität und das Gute und das Liebende ein bisschen vernachlässigt habe. Gerade in den Zeiten, wo es gut läuft so. Aber ich glaube, es ist halt extrem wichtig, es auch in diesen Phasen halt diese Spiritualität und diese Liebe und das alles beizubehalten und nicht zu vergessen, warum man angefangen hat, diese Dinge zu suchen. Weil sonst kannst du dich ganz schnell wieder dahintreiben zurück. Weißt du, glaub ich. Ich glaube, wenn du das verlierst und wenn du die Gutherzigkeit und das Gute verlierst, weil du gerade irgendwo hoch fliegst oder so, dann kannst du auch ganz schnell wieder runterfallen. Weißt du? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Grund, warum das Universum oder Gott mich auf diesen Weg getrieben hat, damit ich halt diese spirituelle Entwicklung, die ich mache, wirklich so verinnerliche und die nie wieder verliere. Und damit ich dann nie wieder so tief falle, wie ich mal war. So, weißt du? Ja, das ist hundertprozentig so. Und ich meine, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedorscht, ein bisschen böse, aber du warst echt tief. Also man hat das gesehen auch an den ganzen YouTube-Kommentaren und dieses ganze Bild von dir. Leute haben Reactions auf einmal gemacht, so negative Reactions, wo ich mir dachte, aus welchen Löchern kommen die denn gekommen? Weißt du? Irgendwelche Namen, irgendwelche No-Names kommen aus irgendwelchen Löchern, um dich dann zu bashen für eine Meinung, die ja nicht nur du hast. Aber du hattest, ich glaube, Gohannes, um die zu äußern. Ja, safe. Und ich glaube auch, also das ist auch eine Sache, die habe ich schon auch teilweise an mich herangelassen, aber das ist nicht so das, was ich am schlimmsten fand. Weißt du? Wo ich jetzt sage, so viele Leute hacken auf mir rum und deswegen falle ich jetzt tief oder deswegen bin ich jetzt traurig oder so. Bei mir war es eher halt so diese, die Sachen, die ich mir aufgebaut habe, die ich verloren habe. Wie zum Beispiel die Klamotten, die ich gerade anhabe. Weißt du, wie ich meine? Das sind so Sachen, die mich halt auch wirklich tief getroffen haben. Wo ich sage, so scheiße, Alter. Weißt du, das war eigentlich so eine positive Sache, die ich da verfolgt habe, die dann irgendwie kaputt gegangen ist. Und das waren die Sachen, die mich am meisten so, sage ich mal, einfach so schlechte Phasen gekostet hat. Weißt du? Ja, das macht depressiv. Also ich habe auch mein Leben lang schon so mit Depressionen zu kämpfen und mein Glaube so, ich bin starkgläubig. Hat mir da schon gesagt, ich bin ein starkgläubiger Christ. Strenggläubig heißt immer so, denke ich immer so, ich bekehle keine Fehler und so, weißt du, das bin ich halt nicht. Wir sind doch nicht perfekt, Bro. Wir sind Menschen. Deswegen sage ich, ich bin starkgläubig. Nicht strenggläubig, sondern starkgläubig, weil das ist mein Fundament. Und ich glaube, diese Menschen ohne Fundamente sind auch diejenigen, die auf Social Media sich rumtreiben, gestalten, ohne Profilbild, hinter anonymen Accounts und es sich ein leichtes machen, andere fertig zu machen. Und diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, beweist das nochmal umso mehr. Diese Twitter-Files hast du ja mal darauf reagiert gehabt. War das gestern oder vorgestern? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, habe ich jetzt vor ein, zwei Tagen hochgeladen, ja. Da hast du ja gesehen, die Meinung wird öffentlich manipuliert. Und es wird ja suggeriert, dass es die richtige Meinung ist. Aber warum manipuliert man dann, wenn es die richtige Meinung ist? Wenn es die richtige Meinung wäre, dann müsste man nicht mehr manipulieren. Dann müssen nicht das FBI und wie auch immer diese Institutionen alle heißen, sich darum kümmern, um so viel Arbeit zu machen, um Social Media Network zu untergraben. Wenn es die richtige Meinung wäre. Aber anscheinend ist es die falsche. Aber sie wollen uns davon überzeugen, dass es die richtige ist. So. Und was ich halt, wo ich sage, was ich halt, was ich extrem schade finde, ist so, scheiß mal auf die, die quasi über uns stehen. Nenne ich es jetzt einfach mal so, ne? Die da oben, ganz stumpf gesagt so. Was mich traurig macht, ist halt, dass das Miteinander auch so krass kaputt gegangen ist und dass die Menschen, wir zusammen, uns davon haben spalten lassen, weißt du? Also, dass wir uns nicht mehr gegenseitig zugehört haben, dass wir angefangen haben, auf anderen rumzuhacken. Und da hat man auch gemerkt, wie viel Hass in der Gesellschaft aufstummert, weißt du? Weil meiner Meinung nach kommt auch, also, du musst dich nicht so extrem davon spalten lassen. Das passiert nur, wenn du selber auch sehr viel Hass und negative Energie in dir hast, dass du so wütend auf Menschen bist, die eine andere Meinung haben, Digga. Weißt du, was ich meine so? Das zeigt schon auch, wie, ja, wie negativ geladen unsere Gesellschaft auch vorher schon war, so, weißt du? Und das hat man auch in meinem Beispiel gemerkt. Ich glaube, viele Leute, die dann angefangen haben, auch auf mich rumzuhacken beziehungsweise Videos gegen mich zu machen, über mich zu machen, haben halt schon vorher ganz viel Hass in sich gehabt und haben vielleicht sogar auch schon eine Antipathie gehabt und haben dann einfach nur das genutzt, um das rauszulassen, weißt du? Und da sage ich, da muss ein bisschen mehr Heilung auch in der Gesellschaft stattfinden. So, Menschen müssen mehr anfangen wieder halt, und das kann ich nur nochmal wieder sagen, in ihr Herz wieder reingehen und verstehen, dass wir alle zusammengehören, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir als Einheit viel besser funktionieren, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Wenn wir einfach diesen Grundsatz immer vor Augen haben, dass wir eine Menschenfamilie sind, aber auch eine Menschenfamilie kann verschiedene Meinungen haben und das muss nicht immer unsere Meinung widerspiegeln, aber wir können trotzdem respektvoll miteinander reden, weil wir eine Familie sind am Ende des Tages, weißt du? Eine Menschheitsfamilie vor allem. Und guck mal, da hat jemand in einem Chat geschrieben, Oder ab Kau, das heißt Ordnung aus Chaos schaffen. Das ist der richtige Begriff, das versucht man ja, also du hast ja gerade dieses Weltwirtschaftsforum angesprochen und was Klaus Schwab da gesagt hat, von wegen Corona war erst der Anfang und es wird erstmal keine Zeit des Friedens geben, das ist diese Zeit des Chaos, in der wir uns gerade befinden, also nicht nur Chaos innerhalb der Bevölkerung, aber auch mit unseren Gefühlen, glaube ich. Bei uns drin, safe. Ja, ja, genau, das ist es. Und ich glaube, nur Menschen wie du und ich, dieser Chat, diese Menschen, die hier auch so ein bisschen diesen spirituellen Weg und diesen spirituellen Ansatz in dieser Geschichte sehen, nur diese sehen auch die Lösung, weißt du, also ich meine, nur wir können die Lösung sehen, du nennst es Liebe, ich nenne es Gerechtigkeit. Andere, die nicht spirituell sind, würde ich mal behaupten, die sehen das nicht. Die würden diese Lösung überhaupt nicht sehen. Die denken, okay, was der Lauterbach, Klabauter, 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 also im Fernsehen sagt, das ist das Richtige, weil warum sollte uns denn ein Mediziner anlügen? Die kommen ja gar nicht auf den Gedanken, dass es Menschen gibt, die andere Interessen haben und nicht immer das Gute. Ja, das hat auch dieser Juwa Harari in dem Interview, was wir uns reingezogen haben, gesagt, dass wir irgendwann die Roboter anbeten, irgendwann beten wir diese Technik, irgendwann beten wir diese Technik an, weißt du? Und heutzutage beten die Wissenschaft an und hören nicht mehr auf ihre eigenen Gefühle und auf ihr Herz und auf das, was sie denken, was richtig ist. Habe ich auch bei der Reaction gesehen, die ein Typ gemacht hat auf das Video von Ketzer der Neuzeit, wo es um die Kinder geht. Da steht der halt wirklich da und sagt, dass mein Gefühl spricht eigentlich dagegen, dass wir Kindern schon mit zehn Jahren irgendwelche sexuellen Dinge beibringen sollten. Aber wenn die Wissenschaft das so und so sagt, dann müssen wir uns dem beugen. Und das ist halt nicht der Fall. So, weil die Wissenschaftler gibt es auch nicht. Die Wissenschaftler gibt es nicht. Es gibt so viele verschiedene Wissenschaftler mit so vielen verschiedenen Ansätzen, aber uns werden halt nur gewisse Wissenschaftler präsentiert und das sollen wir dann glauben. Das sollen wir dann sagen, das ist die Wahrheit und die sollen wir anbeten. Aber es ist nicht so, bro. Weißt du, was ich meine so? Es gibt noch andere Wissenschaftler, aber die werden kleingehalten, die werden totgemacht, die werden als Nazis, als Verschwörungstheoretiker, als Rechte, so werden die abgestempelt, weißt du? Ja. Obwohl die dasselbe Studium hinter sich gebracht haben. Verstehst du, was ich meine so? Bro, was ist denn die Wissenschaft? Wir haben erst vor 500 Jahren herausgefunden, dass die Erde eine Kugel ist für den einen oder anderen. Ich hab mies recherchiert, aber ... Bruder, 100 Prozent. Nein, es ist Facts, was du sagst, Bro. Das ist so, erst vor 500 Jahren haben wir daran. Wir glauben, es sind erst vor 500 Jahren, glauben wir daran. Es war Facts, dass die Erde flack ist und dass wir am Ende irgendwo runterfallen so. Und dann haben die gesagt, nee, es ist rund, es ist begrenzt, alles schön und gut und so. Aber jetzt, wenn du jetzt noch mal die andere Meinung vertrittst, hast du doch im Fall Keanuus gesehen, was dann passiert so. Die lachen den aus, die canceln den, die machen Tausende von Videos, die machen Songs darüber, was weiß ich. Oh, voll übertrieben, Digga. Nee, 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 das war schon ... Man hat gemerkt, man hat gemerkt, dass die Leute boshaft, also man hat wirklich die Boshaftigkeit von Menschen gesehen in diesen Situationen. Weil guck mal, das muss man sich vorstellen, diese Welt wie eine Klasse, wie so ein Klassenraum. Du merkst, dass da einer gemobbt wird in der Ecke und du schaust zu. Du siehst, dass da fertig gemacht wird und alle anderen schauen nur zu. Du feierst es sogar noch. Ja, und man feiert es und man macht sogar mit beim Mobben. Das ist die Mentalität, die sich in dieser Zeit so herauskristallisiert hat. Und vor allen Dingen bei so guten Menschen, Digga, wenn du dir die Talks anguckst von uns beiden, von mir und Kianus, so, weiß ich nicht, guck dem Bruder doch mal in die Augen, ja. Hör dem doch mal richtig zu. Hör doch mal zu, was ihm auf dem Herzen liegt, was er eigentlich bewegen möchte und so. Siehst du da irgendwas Böses, Digga? Und alle Leute, die irgendwas über ihn gesagt haben, Videos drüber gemacht haben, auch bei mir in dem Fall, wenn du den Leuten, die sich das zur Aufgabe gemacht haben, uns klein zu machen und uns schlecht zu reden, guck den Leuten mal in die Augen, guck den mal in die Augen, guck mal, was die in der Vergangenheit verzapft haben und so. Siehst du da was Gutes? Vielleicht, aber da siehst du auch sehr viel Böses so, weißt du? Und das ist das, wo ich sage, Bro, mach doch mal eure Augen auf, schalt doch mal euer Herz an, guck doch mal hin, wäre es wirklich gut. Weißt du? Guck mal, das Problem ist dieses Auge, wovon du auch redest, im Spirituellen, manche sagen, die Hindus würden sagen, das ist das dritte Auge, womit du also spirituell sehen kannst, wie der andere Mensch spirituell drauf ist. Manche nennen das Chakra, manche nennen das Aura, manche nennen das was weiß ich wie, aber es gibt Menschen, die können sehen, also von vornherein sehen, dieser Mensch ist gut oder hat was Gutes vor mit mir, anhand der Stimme, anhand der Präsenz dieses Menschen und manche Menschen können sogar sehen, ob der Mensch auch böshaft ist, wenn man ihn merkt. Ich wüsste, ich kann es sehen. Seine Aura um ihn rum, man merkt einfach, der Typ hat nichts Gutes, so, weißt du, was ich meine? In den Religionen wird auch darüber gesprochen, also in allen Religionen wird darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die auf dieser Welt nur existieren, um Böses zu tun. Deren Vater oder deren Väter sind Teufel oder ist der Teufel, besser gesagt. Und diese, ich weiß nicht, Ketzer der Neuzer nennt diese Leute auch Satanisten. Der hat ja so ein wichtiges Wort dafür, so die Oberigen, die Herrscher dieser Welt sind halt, man würde behaupten, das ist eine Lüge, aber jetzt vor allem auch mit dieser Balenciaga-Sache, ich will jetzt nicht so viel durcheinander bringen, aber man hat gemerkt, dass diese Elite eine durchtriebene spirituelle und religiöse Gruppierung ist. Die sind religiös. Das kann man fast gar nicht mehr, das merkst du ja auch bei diesen ganzen Sachen, die auch das Weltwirtschaftsforum da erzählt, mit denen, dass wir Roboter anbeten sollen und dass wir Gott abschaffen sollen und Gott ersetzen sollen langsam und so eine Sache. Daran merkst du ja, die verfolgen einen Plan, der nicht gut ist. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch vielen Menschen klar geworden und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen auch auf ihr Herz anschmeißen, ihr Bauchgefühl anschmeißen, mit den Herzen wieder gucken und Menschen ansehen und dann merken, ey, scheiße Alter, egal was der erzählt, was gut ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht gut ist, weißt du? Oder es laufen zu viele NPCs rum. Glaubst du mir? Ich habe das Gefühl, bei manchen Menschen einfach leer. Du guckst in deine Augen, du denkst, es gibt immer noch Menschen, die tragen Maske im Supermarkt, aber nehmen sie ab, wenn sie dann im Bus sind oder draußen sind oder sich mit anderen treffen oder keine Ahnung. Ich denke mir dann so, weißt du, das sind NPCs, die sind doch programmiert, Bro. Das ist halt, weißt du, auch diesen Menschen darf man nicht negativ übertreten, weil man muss halt, guck mal, man muss halt verstehen und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, man muss verstehen, dass die in einer ganz anderen Realität leben, weil die sich auch ganz andere Informationsquellen zugrunde ziehen, auf die sie sich dann berufen, weißt du? Das ist deren Weltbild, die denken, das ist das Richtige und die denken, das ist das Gute, weißt du, was ich meine, das darf man sich nicht mal übel nehmen. Die essen dann auch Insekten, Digga. Ja. Hast du gesehen, was die machen wollen, ne? Nee, hab ich nicht gesehen, was sie entdecken. Besser so, ja, nee, also es wurde ja jetzt erlaubt, dass in manchen Lebensmitteln auch Insekten vorkommen dürfen, so in Mehl und sowas. Echt, ja? Ja, ja, es wurde jetzt genehmigt vor einer Woche oder so, es ist halt, wir werden Insekten fressen und wir werden nichts besitzen und wir werden... Ich meine, in anderen Ländern, in anderen Ländern sind Insekten ja Protein-Quellen. Elika, das sagst du. Protein it in, man, ich meine, ich bin Veganer, ich würde das jetzt nicht essen, so aber... Ja, das meine ich halt, aber das Gute ist ja auch, als Veganer bist du da sowieso raus, also dich interessiert das sowieso nicht, weißt du, ich meine, du hast deine Protein-Quellen, die du hast und deine Ernährung ändert sich dann auch nicht so stark, weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch schon stark. Nee, guck mal, ich sehe, ich habe andere herausgelockt aus ihren Räumen. Alles cool, Digga, ich wollte noch fragen, ob du eventuell noch eine Frage oder sowas hast, Brudi. Ja, und dich, guck mal, eine ganz ernsthafte Frage, wie geht's dir? Hamdallah, Bruder, sehr gut. Ich embrace gerade das Gespräch mit dir so, fand ich einen sehr starken Talk auf jeden Fall. Hat mich gefreut, ne? Ich merke auch immer wieder so geile Leute in meiner Community, Mann, Alter, die einfach Herz haben und mit mir auf einer Wellenlänge sind und das ist immer schön wieder zu merken. Deswegen mag ich auch diese Discord-Talks und will Leute dazu anregen, zu sagen, kommt in den Discord, lasst uns miteinander reden, wir sind auf einer Wellenlänge. Trust me. Weißt du? Hast du noch eine Frage, Bruder? Ich will dir auch noch eine Frage beantworten. Ja, klar, guck mal, eine Frage habe ich noch, dann lasse ich die anderen dran. Ich komme dann das nächste Mal, wenn du live bist, irgendwann mal wieder eine Talk oder so, wenn ich merke, da gibt es gerade Fragen. Ich habe einfach mal so eine allgemeine Frage an dich. Meinst du, du bist gerade am Anfang deines spirituellen Wegs oder denkst, du bist schon mittendrin so in deiner Zielführungsphase, wo befindest du dich gerade? Boah, ich lerne halt, es ist schwer einzuschätzen. Weißt du, was ich meine auf ein Navi, wenn du so ein Navi hast, Ziel, weißt du, Ziel ist keine Ahnung. Das Ding ist, ich vergesse das mal, also ich merke manchmal gar nicht, was für eine Transformation ich schon gemacht habe. Letztens war ich dann am Weihnachten zu Hause so und dann hat mir meine Familie halt gesagt, wie krass die das finden, wie ich mich verändert habe, wie viel Liebe ich ausstrahle und wie wenig ich mich noch ... Das färbt ab, ne? Das färbt ab. Wie wenig ich mich auch noch triggern lasse so von irgendwelchen Dingen, die vielleicht passieren oder so. Weißt du, damals gab es auch mal den ein oder anderen Streit in der Familie, weil ich schon auch ein sehr intensiver, impulsiver Typ bin so, aber ich lasse mich kaum noch von Sachen triggern. Also ich merke das halt immer, wenn ich mit Menschen mich reflektiere, die ich vielleicht auch von damals kenne oder so, was für eine Entwicklung ich wirklich gemacht habe. Also ich würde sagen, ich bin halt mitten in der Entwicklung und ich glaube, diese Entwicklung hat auch kein Ende am Ende des Tages. Ich glaube, wir können echt immer noch dazu lernen und immer noch mehr nach innen gehen beziehungsweise noch spiritueller werden und noch mehr verstehen, wie die Welt oder wie wir Menschen eigentlich funktionieren. Aber ich glaube, ich bin auf einem sehr guten, ich bin auf einem sehr guten Weg, sage ich mal so. Hoffe ich doch. Ich sehe auch deine Entwicklung auf Twitch und dein, also Sky is the Limit bei dir. Vor allem auch, du beschränkst dich nicht auf Games oder so, weißt du, ich meine, du bist halt aktuelle Themen, Spiritualität und so, das wird immer Ohren finden. Ich will auch mit euch noch eine krassere Verbindung aufbauen, weißt du was ich meine? Das kommt, das kommt. Ich will wirklich mit euch so, dass wir halt eine Community sind. Ich habe noch nie gesagt, dass Leute, die mir folgen und die mit mir am Start sind oder die meine Sachen liken oder kommentieren, dass das Fans sind. Ich habe immer gesagt, ich sehe das als eine Community und ich meine das auch wirklich so, dass ich so eine Community haben will aus Menschen, die auf derselben Frequenz schwingen und die einfach das Gute nach außen tragen, so weißt du. Und das ist auch eine Sache, glaube ich, bei Twitch ist es extrem geil, auch hier über Discord, diese Verbindung zwischen uns halt noch zu intensivieren und dann halt, dann können wir irgendwann auch, wenn Gott möchte, dann zusammen auch was Positives bewegen, wenn man zum Beispiel zusammen Projekte angeht oder so, wenn man sagt, keine Ahnung, Alter, wir reisen alle zusammen nach Afrika und bauen da ein paar Brunnen oder bauen eine Schule auf oder was nicht. Das ist so die Vision, die ich habe auf jeden Fall. Guck mal, ich sag mal so, Sky is the limit, ich befinde mich schon sehr lange auf Twitch, mein Account besteht seit 2013, kannst du hier auch gucken, wenn du auf meinen Namen klickst, ich bin seit 2013 auf Twitch, bin auch Mod im englischsprachigen Raum bei einigen Personen, so ist das nicht. Krass. Kannst du bei mir auch Mod sein, Bruder? Auch Mod? Bruder, nein, guck mal, ich will mich erst beweisen, ich will erst mal reinschnuppern, du musst mich erst kennenlernen als Person, weißt du das? Ich hab dich gelesen, ich hab dich im Talk gerade gelesen, Bruder, ich vertraue dir. Ich küsse deine Hälfte, Bruder. Guck mal, vielleicht nochmal zum Abschluss, du machst alles richtig, ne, auf jeden Fall und ich sehe dich auch als Älteren, du bist ein bisschen älter als ich als älteren Bruder, sag ich mal so. Hast du deine Hälfte. Auch Erfahrungen hast du ein bisschen mehr, vor allem auch deinen Weg, den ich mitverfolgt habe. Ich will dir aber als Jüngerer vielleicht sagen, du machst alles richtig, egal was jetzt noch kommt, egal welche Kritik von irgendwelchen Ecken kommen, wenn du dich jetzt mit Gästen zusammensetzt vor allem, dann kommen schon Reactions wahrscheinlich von irgendwelchen YouTubern und sagen, hier, der setzt sich mit diesem Typen zusammen, mit diesem Schwurbler zusammen und keine Ahnung. Alles cool, Bro, das juckt mich gar nicht mehr, da bin ich zum Glück drüber hinweg, Bruder. Ja, ja, das ist super, auf jeden Fall, okay, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir und ich würde mich dann verabschieden. Danke für die schönen Worte, mein bester Alter. Ich küsse dein Herz, Bruder. Mach's gut, Bro. Du bist auch auf einem guten Weg, ich spüre das, Bro. Danke, Bruder. Danke, danke. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Geil, Mann, Alter. Stabiler Talk, stabiler Gast. Ich küsse dein Herz, Alter. Hat Spaß gemacht, Bro. So, Freunde, weitere Leute in den Discord. Ich habe gesehen, da sind ein, zwei Leute. Ich bin gleich für euch am Start, Brudi. Ich will noch einmal den Discord-Link in den Chat reinfetzen. War ein sehr schöner Talk. Bruder, ey, ich ziehe einfach geile Leute an, sage ich dir ehrlich, Mann. So respektvoll, immer mit Herz. Kam noch keiner hier rein und hat irgendwie Scheiße gelabert oder so, weißt du? Das soll mal erst mal einer nachmachen. Ja? Das soll mal erst mal einer nachmachen. Wir haben keine Moderatoren, keiner beleidigt hier irgendjemanden. Keiner macht Fitna. Bruder, daran merkst du, Bro, wir sind einzigartig. Wirklich. Liebe an euch alle. Jeden Einzelnen, der gerade im Chat ist so. Ich küsse euer Herz. Bleibt genau so, wie ihr seid. Und lasst euch nicht reinziehen in diese, in diese, in diese negative Welt und mit Fitna und mit Beef und mit, wir müssen beleidigen und so. Das ist es nicht, Digga. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich küsse euer Herz. So. Hier nochmal den Discord rein. Was war? Hat eben, oh shit, Alter. In Balance hat eine Fünferbombe rausgehauen, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke dir, Bruder Herz. Ich küsse dein Herz, Bro.